Der Winter ist da und mit ihm Schnee und Kälte. Wie geht es den Bienen? Da die Abdeckung vom Akku weg. Ja, ich glaube, der hat den Schnee überstanden. Das machen wir hinten auf und schauen wir hinein, ob es den Bienen gut geht. Natürlich sollte man nur das Ganze wenig erschüttern und wenig Lärm machen, damit die Bienen nicht gestört werden. Ah, wir haben Licht, völlig. Im Inneren des Naturstocks sind keine Bienen mehr zu sehen, nur mehr ihr großer Wabenbau. Das Volk hat sich tief in dessen Gänge zurückgezogen. Einziges Lebenszeichen ist das deutlich vernehmliche Summen. Die reichlich gefüllten Honigwaben geben genug Kraft zur Produktion der notwendigen Wärme im Winter. Durch eine Glasplatte können wir den Wabenbau auch von oben betrachten. Vereinzelt geben tote Bienen an der Außenseite. Auf dem Gemüll liegt ein Teil der abgestorbenen Sommerbienen, die nicht mehr hinausgetragen wurden. Die jetzt schon zahlreicher abgefallenen Varroa-Milben lassen die sofortige Bekämpfung geboten erscheinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017